Das ist die Vanessa, 24 Jahre alt, spielt in der Abwehr. Ja, das ist Asunta Sarrago, 22 Jahre alt, ist unsere Sturmspitze, Torjäger. Ja, dann fang an. Ja, Mönchengladbach gegen Leverkusen, zwei. Ja, ich weiß nicht, wie die heute gespielt haben. 2-0 für Mönchengladbach. Okay, mutig. Hauenhorst gegen Borussia Bocholt, sag ich, Bocholt gewinnt. 3-1. 3-1, 2-1, ich würde 2-1 sagen. Okay, dann 2-1. Zu viele Tore für die. Bochum überkommen. Bochum gewinnt, wird ein spannendes Spiel, aber ich glaube, Bochum gewinnt. 1-0 knapp. Duisburg, Warendorfer Sport Union. Duisburg gewinnt, 2-0. Essen, Aachen. Ich sag unentschieden. 1-1. Ja, ist ja nicht unentschieden. Ja, du musst schon die Tore sagen. Ach so. FC gegen Mörs. Ja, ich glaube, Mörs gewinnt. 1-0. Einfach weil FC jetzt demotiviert ist. Dank uns. Dank uns. Spohu gegen uns. Ja, ich sag 3-1 für uns. 3-1. Ich gönne denen ein Tor. Ich Guipe mit dem Whisper Mad abb. Das warst du mal. Vielen Dank.